Dass der Strom für uns kommt, ist ja doch meistens selbstverständlich, aber die Strompreise sind trotzdem ein Punkt, wo man sich vielleicht manchmal drüber ärgert, wo man aber zumindest mal drauf schaut, wie sieht es aus. Und da die Diskussion teilweise ein bisschen wild läuft, ja es wird alles billiger wegen erneuerbaren Energien, nein, durch den Atomausstieg haben wir alles teurer gemacht und so weiter. Wir wissen auch, dass die Invasion Russlands in die Ukraine tatsächlich zu Verwerfungen auch auf diesem Markt geführt hat. Es gibt viele Punkte. Und was ich immer gerne mag, ist, dass man über einen längeren Zeitraum Daten hat, die halbwegs oder auch gut vergleichbar sind. Das ist hier vom BDEW e.V. tatsächlich auch gegeben. Ich hatte zwei Quellen aus diesem Hause zusammensuchen müssen, aber immerhin war das relativ einfach. Nach 25 Jahren Strompreisentwicklung zu finden, inklusive der Zusammensetzung bezüglich der einzelnen Kostenanteile. Sie wissen alle, dass wir eine EEG-Umlage zu zahlen hatten zumindest, dass wir Mehrwertsteuer zahlen, aber es sind noch einige Posten mehr, die relativ kleinteilig den Strompreis dann auf das bekannte Niveau, was Sie letztendlich dann auch vielleicht kennen, entsprechend erhöhen. Und das sind hier die Haushaltsstrompreise, die wir als normale Kunden bezahlen müssen für den privaten Bedarf. Das ist das Diagramm, hoffentlich so unleserlich, aber vielleicht farblich ganz attraktiv, dass Sie es so nebenbei sehen können. Es geht jetzt um einige Bemerkungen, wie die Daten zustande gekommen sind oder was sie bedeuten und was ich daran noch ein paar Kleinigkeiten ergänzt habe. Also, das sind die Daten des BDEW aus zwei Zeiträumen. Sie sehen es hier, hier ist die Schnittstelle. Die hellorangen Geschichten sind einfach die Summe aus gelb und orange ab 2006. Das werde ich gleich noch genauer erklären. BDEW ist der Bundesverband der Deutschen Energie- und Wasserwirtschaft, in dem sich gut 2000 Unternehmen zusammengeschlossen haben, um eben sicherlich ihre Verbandsinteressen darstellen zu können, aber auch für ihre Unternehmen bestimmte Geschichten besser eruieren zu können. Sprich, neues Gesetz kommt, da müssen sich nicht 2000 Unternehmen um die Übersetzung in normales Deutsch kümmern. Das macht dann sicherlich dieser BDEW. Und es ist ein eingetragener Verein, also sicherlich eine natürlich von der Wirtschaft unterstützte, aber trotzdem auch für uns alle sicherlich sinnvolle Einrichtung, weil sie auch zum Beispiel solche Daten alle ein, zwei Monate zur Verfügung stellt, aktualisiert in einem Strompreis-Report und es gibt auch einen Gaspreis-Report. Zu dem Hintergrund dieser Daten, wenn Sie Daten darstellen, müssen Sie natürlich ein bisschen auch was sagen, wie Sie die erheben. Es sind Preise für einen Strombedarf in einer Wohneinheit von 3500 Kilowattstunden, eben in einem Jahr. Und das ist etwas, was für eine dreiköpfige Familie, vierköpfige Familie üblicherweise anfällt. Kann man auch alleine schaffen, muss man sich ein bisschen anstrengen. Mit einem Elektroauto schafft man das alleine sicherlich einfach oder mit Wärmepumpe. Die Grundgebühr ist hier in den Strompreis, den Arbeitspreis, eingerechnet. Was Sie sehen, ist oft, kostet irgendwo 32 Cent pro Kilowattstunde. Das ist der Arbeitspreis, der läuft dann proportional zu dem Bedarf an elektrischer Energie, den Sie verursachen. Und dann haben Sie den monatlich zu entrichtenden Grundpreis. Wenn Sie sagen, ich setze die 3500 Kilowattstunden fest als Jahresbedarf, können Sie natürlich dann von mir aus die 350 Euro Grundgebühr umlegen auf die 3500 Kilowattstunden pro Jahr. Das wären dann 10 Cent pro Kilowattstunde. Weiterer Punkt, Alt- und Neuverträge sind in diesen Daten enthalten, werden aber nicht gewichtet. Das heißt, man hat vielleicht dann Alt- und Neuverträge, hat irgendeinen festen Gewichtungsfaktor 2 zu 1, aber sie werden nicht gewichtet nach Anteil, der wirklich in dem Moment unterwegs ist. Die EEG-Umlage, die dazu diente, Geld, was auf die Kilowattstunde von den Verbrauchern, von uns, erhoben wurde, umzuverteilen im Rahmen einer erneuerbaren Energienförderung, man könnte es als Subvention sehen, sicherlich gibt es die einen oder anderen, die sagen, nee, das ist keine richtige Subvention, das ist eine Unterstützung, Förderumlage für erneuerbare Energien, also eine Umverteilung von denen, die Strom benutzen, an die, die dann eben Photovoltaik auf dem Dach haben oder im Freifeld oder eine Windkraftanlage aufbauen. Die ist tatsächlich umgestellt worden Mitte 2022 auf eine Steuerfinanzierung. Es gibt so ein EEG-Konto, aber wenn das leer ist, wird es über die Steuern entsprechend an die Empfänger verteilt. Im zweiten Bild, wir werden das Bild gleich einmal sehen, dann werde ich noch zu den einzelnen Bestandteilen versuchen, kurz was zu sagen, dann sehen wir das Bild nochmal. Im zweiten Bild sind dann auch die Neuvertragspreise, die ich mal kurz abgecheckt habe, vom 18.04. diesen Jahres dargestellt, dass man auch ein bisschen sieht, okay, Alt-Neuverträge sind hier gemischt, nicht explizit getrennt dargestellt. Wie sieht das eigentlich aus, wenn Sie jetzt einen Vertrag neu abschließen können? Das war es zu den Daten, jetzt zu den Daten als solche. Sie sehen, die Beschaffung und das Netzentgelt, das sind die Hauptposten, im Sinne von, das sind große Posten. Die wurden bis 2005, hatte ich eben kurz gesagt, gemeinsam erfasst, aber ab 2006 sind sie getrennt. Gelb für die eigentliche Strombeschaffung, was Sie zahlen beim Kraftwerk oder beim Händler. Ich will so und so viel Kilowattstunden kaufen für morgen oder Megawattstunden, das ist die übliche Einheit für den Großhandel. Aber der Strom muss transportiert werden. Dafür gibt es dann eben die entsprechenden Netzentgelte, die an die Netzbetreiber gehen. Dann haben wir Steuern in Grau dargestellt. Mehrwertsteuer ist allen bekannt. Dann kommt die EEG-Umlage. Das ist das Rote, was ab hier ungefähr finanziert wurde, aber nur mäßig aufwächst, denn nur wenige Leute haben EEG-Umlage erhalten, weil sie Photovoltaik zu sündhaft teuren Preisen gekauft haben, mit auch sehr hohen Umlage-Einkünften. Und hier sieht man, dass die EEG-Umlage immer weiter gestiegen ist, was einerseits daran hängt, dass die Anlagen immer stärker ausgebaut wurden, aber sie wurden überproportional stark ausgebaut, denn die EEG-Umlage bezüglich der Empfänger wurde auch reduziert. Das heißt, wir hatten hier zwischen etwa 2006, 2007 und 2017, 2018 einen massiven Ausbau an Photovoltaik und Wind. Das Ganze, wie es oft so ist, schwächt sich dann ab. Sie haben die günstigen Standorte erreicht. Sie haben die Leute, die eben auch das Geld für eine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben, alle letztendlich bedient und dann sättigen solche Systeme oder solche Systemänderungen typischerweise, zumal ja auch der Ausbau der Speicher nicht stattgefunden hat, aus verschiedenen Gründen extra Video oder fünf extra Videos. Dann kommt die grüne Gruppe, die hat alles, sind weitere Förderinstrumente für erneuerbare Energien beziehungsweise Netzwerkstabilisierung. Und dann kommt in Magenta die Stromsteuer, die halt ab 2006 vom Staat, Finanzministerium eingeführt wurde. Das ist halt eine Einkunftsquelle, die ist netterweise konstant gelassen worden, zieht sich bis heute in gleicher Höhe durch. Dann kommt der EEG-Steuerzuschuss, den ich hier oben mal draufgesetzt habe. Ab 2022 war es, ist die EEG-Umlage, die ja hier rot dargestellt wird, dritter, vierter Block von oben. Die rot dargestellte EEG-Umlage wurde abgeschafft als solche in 2022 und wurde dann tatsächlich eben auf eine Steuerfinanzierung bei Bedarf umgeändert. Ich habe das eben, damit man das vergleichen kann mit den gesamten Geschichten, denn das ist das, was wir zwar indirekt zahlen, hier haben wir es noch direkt bezahlt, aber was wir ja trotzdem irgendwie aufwenden müssen, damit die Strompreise vergleichbar sind, habe ich es eben nochmal draufgesetzt, aber eben in diesem etwas dezenten Schraffurmuster nicht farblich, damit nicht gesagt wird, oh, das ist alles Manipulation. Nein, es ist keine Manipulation, ich könnte auch die EEG-Umlage komplett weglassen, aber ich finde es besser, die Preise so, wie sie sind, zu zeigen. Da gehen Sie einfach der magentafarbenen Treppenstufe hier lang, also Sie landen dann hier, aber wie sie wären, hätten wir die EEG-Umlage noch, und sie wird ja noch irgendwie aufgewendet, also zumindest auf der Empfängerseite, also ist sie entsprechend markiert. Kommen wir nun zu den einzelnen Punkten, die Sie mit Ihrem Strompreis an die verschiedenen Empfänger abgeben. Wie schon gesagt, Beschaffung ist der Kauf vom Betreiber, die Betreiber wollen auch ein bisschen Gewinn machen, ein gewisser Anreiz auch die ganzen Investitionen zu tätigen. Dann muss das Netz betrieben werden, dafür müssen wir bezahlen, das ist dann das Netzentgelt, und das sind die beiden großen Posten. Dann kommt die Mehrwertsteuer auf praktisch alles, was wir so kaufen, auch klar. Dann haben wir eine Konzessionsabgabe, die dient dazu, dass die Netzwerkbetreiber, diejenigen, die dann auch letztendlich Installationen in den Kommunen machen, in den Gemeinden machen, dass die entsprechend auch für die Nutzung der Wege etwas abgeben, also die Kommunen bekommen dann etwas Geld dafür, dass die Wege benutzt werden, durch diejenigen, die dann auch die Leitungen verlegen. Dann kommt die EEG-Umlage bis 1.07.2022 erhoben. Das war dann die rote Gruppe. Die Idee war so ein bisschen von der Farbgebung, gelb, orange und rot sind die Posten, die tatsächlich in die Stromproduktion und Verteilung reinfließen. Auch die EEG-Umlage fließt ja in die Stromproduktion rein, weil die Betreiber Geld pro Kilowattstunde bekommen, wenn sie erneuerbare Energien einspeisen und das dann entsprechend angemeldet haben. Wir kommen nun zu der grünen Gruppe. Die grüne Gruppe an Punkten sind Dinge, die mit dem Ausbau der Erneuerbaren zu tun haben, direkt oder indirekt. Und zwar ist es die KWK-Umlage, Kraft-Wärme-Kopplung, dafür steht das KWK, ist die gleichzeitige Nutzung von Strom und Wärme, wenn sie vorher irgendwas anderes reinstecken. Sie können zum Beispiel Biogas in ein Blockheizkraftwerk reinstecken. Biogas wird verbrannt in einem Verbrennungsmotor, Blockkraftwerk, aber es ist ja ein Blockheizkraftwerk. Die Abwärme, in Anführungsstrichen Abwärme, dieses Motors nutzen sie, um zum Beispiel Warmwasser zu produzieren, ein Schwimmbad zu beheizen oder eben eine Heizanlage zu betreiben. Und das soll gefördert werden und dafür gibt es eben die KWK-Umlage. Wahrscheinlich bekommen die Betreiber dann etwas Förderung, denn die Anlagen sind natürlich etwas aufwendiger. Und wir zahlen alle ein Stück weit mit dafür, dass solche Anlagen überhaupt ausprobiert werden, existieren und vielleicht dann auch Energie effizienter nutzen. Dann gibt es die Stromnetzentgeltverordnung. Das hat etwas damit zu tun, dass Netze von verschiedenen Netzteilnehmern benutzt werden. Einige bekommen Vergünstigungen und die Vergünstigungen müssen natürlich auch wieder finanziert werden, damit das Netz auch betrieben werden kann, also damit es kostendeckend betrieben werden kann. Dann haben wir die Offshore-Netzumlage. Die dient dazu, Offshore-Stromnetze von den Windparks an das Land zu unterstützen. Das sind relativ teure Anlagen, weil sie ja unter Salzwasser im Wattenmeer unter Berücksichtigung ökologischer Gesichtspunkte Leitungen verlegen müssen. Es ist nicht so einfach wie eine Leitung an Land, es sei denn, sie finden irgendwelche Tiere. Also Ausbau-Offshore-Netz, das soll damit finanziert werden inzwischen. Das sind übrigens alles relativ kleine Bestandteile, aber sie sind eben der Vollständigkeit halber. Da, wir sehen auch gleich nochmal, dass sie nicht so groß sind. Und dann gibt es noch die Umlage für abschaltbare Lasten. Da geht es darum, dass Industrieunternehmen sagen, lieber Netzbetreiber, wenn ihr in den Haushalten sehr hohen Bedarf habt und es ist teuer, das durch Kraftwerke zu decken, also Kraftwerke hochzufahren, oder sie sind gerade in der Region nicht verfügbar, kann ja auch mal passieren zunehmend, dann können wir anbieten, dass wir Produktionsanlagen im Wert von, sagen wir mal, 4 Megawatt runterfahren. Und dann sagt der Netzbetreiber hier, wir brauchen eure 4 Megawatt für eine Stunde. Dann sagt das Industrieunternehmen, okay, die 4 Megawatt sind jetzt unten. Dann sagt der Netzbetreiber, okay, danke. Dann kriegen die Haushalte die 4 Megawatt Leistung, ohne dass dann teuer Strom zum Beispiel über die Börse irgendwie gehandelt werden muss oder ein Gaskraftwerk hochfahren muss. Und das ist eben auch etwas, was finanziert wird. Den Unternehmen, die haben ja auch entsprechenden Aufwand, ist aber auch ein sehr kleiner Posten und tatsächlich auch in einigen Jahren ein Nullposten. Nur, dass man mal sieht, was so alles da angelegt ist. Dann kommen wir zu der Stromsteuer. Ich hatte es eben erwähnt, 2006, wenn ich mich recht entsinne, eingeführt. Steuern, Geld für den Staat. Und dann in dieser Schraffur eben nochmal dieser EEG-Steuerzuschuss, steuerfinanzierte Ex-EEG-Umlage. So habe ich es genannt, weil es die steuerfinanzierte Unterstützung erneuerbarer Energien ist, die aber nicht mehr im Umlageverfahren geleistet wird. Und dann kommen wir zu dem versprochenen zweiten Plot, wo Sie sich das Ganze gleich in Ruhe nochmal anschauen können. Und mit der Markierung, das war die falsche Richtung, mit der Markierung für die aktuellen Strompreise ohne Einbeziehung der steuerfinanzierten EEG-Förderung, Ex-EEG-Förderung, hier kommen die 7 Cent ungefähr für die EEG-Umlagen, die dann irgendwie anders finanziert werden müssen, nochmal drauf. Das heißt, Sie sehen, wenn Sie jetzt von dem magentafarbenen Kasten hier runtergehen, dass wir in 2024 den Anfangsdaten dieses Jahres tatsächlich um etwa 7 bis 8 Cent, etwa 8 Cent wieder runtergegangen sind, von 42 auf 33 Cent, sogar 9 Cent. Und diese 33 Cent habe ich evaluiert, indem ich einen Vergleichsportal verwendet habe. Die ersten 43 waren es einfach, nach dem Motto 40 ist schon mal irgendwie gut, 43. Anbieter von Stromtarifen durchgegangen bin, mit einigen Bedingungen. Erste Bedingung war, da sieht man, das erste Bedingung war zwölf Monate Vertragslaufzeit, also nicht so was, drei Tage Vertragslaufzeit, wir ändern den Preis, wie wir lustig sind. Nein, es gab einen Monat Vertragslaufzeit, habe ich rausgelassen. Keine Boni und Prämien sind drin, 3.500 Kilowattstunden, weil das ja auch von dem Datenanbieter BDEW genauso verwendet wird, 3.500 Kilowattstunden. Ich habe dann die Daten tabelliert an die entsprechende Umrechnung. Ich glaube, ich habe es Jahresbedarf, Arbeitskosten, Jahresgesamtpreis durch dann die 3.500 Kilowattstunden. Genau, es war die Möglichkeit, den Jahresgesamtpreis abzurufen, inklusive Grundgebühr und dann halt eben einfach durch 3.500 dividieren, dann haben Sie genau diese Daten und dann kommen Sie auf 33 Cent. Irgendwas, Bandbreite war glaube ich 31 bis 35 Cent. Also in diesen unteren Preisen ist man sich sehr einig. Ich überlege gerade, ob das soweit das meiste war, was ich dazu sagen wollte. Ja, das war es. Aber ich hatte ja gesagt, ich gehe nochmal aus dem Bild raus, damit Sie das so sich anschauen können, anhalten können. Und das mache ich jetzt. So, jetzt bin ich wieder im Bild, also zumindest mal technisch gesehen im Bild der Kamera. Noch einmal durchgehen. Also Daten, BDEW, zwei Datenabschnitte, einmal nicht aufgeschlüsselt Beschaffung und Netzentgelte. Dann die Bedingungen, wie das gemacht wurde. Das ist hier zu sehen. Das sind diese drei Zeilen. 3500 Kilowattstunden pro Jahr, Grundpreis in der Kilowattstunde drin, alte Neuverträge berücksichtigt, aber nicht gewichtet, um eine ungefähre Richtung angeben zu können. Dann haben wir die EEG-Umlage, die hier in 2022 über Steuerfinanzierung oder ab 2022 über Steuerfinanzierung laufen wird. Und wir haben hier nochmal die beiden Preismarken, wenn sie jetzt neu einsteigen und nicht im Altvertrag festhängen. Und das soll einfach ein Beitrag sein zur Strompreisdiskussion, wo Sie auch mal die Daten wirklich über 25 Jahre sehen. Man findet diesen Abschnitt ungefähr bis hierhin und dann diesen Abschnitt fertig oder vorgefertigt. Aber in diesem Zusammenhang habe ich es bisher nicht gesehen und ich kann mir gut vorstellen, das weiter fortzuführen. Immerhin habe ich ja die Daten entsprechend im Rechner und auch die Vorschrift, wie daraus ein Diagramm erstellt wird. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.